yo leonhausenberger ich bin jetzt gerade duschen gewesen ist nicht so wichtig und ich mache gerade eine ansage an dich du könntest mal also ich würde unter deinem kommentar also bei dein handy oder mit irgendwas in zu kamera oder so machst kannst du mir schreiben wie man das macht wenn man also wie man das machen muss musik und so aber ich werde dich tausend mal abonnieren und liken wir schauen gerade egal jetzt ich könnte mal also wenn du wer du bist einfach der beste youtuber der beste du hast bergen sachen selbst gemacht ich auch ich hätte mir gerne gewünscht also ich wohne in österreich österreich linz 40 40 30 linz und dann könntest du mal deine eltern fragen oder so ob es normal besuchen kannst wenn du deine telefonnummer sagst du mir schickst dann kannst du dann könnte ich dich anrufen dann könnte mein vater so mit zu sprechen dass sie mal besucht und dann könntest du deine perchen sachen mitnehmen also du kannst dann deine perchen sachen mitnehmen und also wenn du deine perchen sachen mitnehmen könnten wir zum beispiel meine freundin hat auch perchen sachen aber eine echte holzmaske und eine pappkartonmaske aber wir gehen auch meistens raus und schrecken leute aber aber ich finde es einfach nur klasse du bist der beste youtuber spitze also ich also ich will dass du mal also ich wünschte mir dass du mal zu mir besuchen kommst oder ich zu dir dann könntet ihr mich abholen mein vater sein auto ist leider kaputt wenn deine eltern das überhaupt erlauben erlauben und ich weiß nicht mal wo du wohnst dann könntest du die telefonnummer und dann wissen wir und dann wissen aber dann wüsste ich auch dann könnten wir dich auch abholen immer so also da könnten dich meine eltern abholen da könnten wir nämlich auch könnte ich auch meine perchen sache mitnehmen und dann so oder du schickst mir eine karte dann also wenn es die telefonnummer gibt schickst du mir einfach eine karte von der post könnte ich zeig dir mal wie macht man das dass ich spiele verkehrt ist egal jetzt da kannst du mir einfach hinten so auf schreiben nimmst du das und ein stift ganz gechillt locker und da könntest du einfach mal deine eltern fragen egal ich wiederhole jetzt einfach alles aber ich möchte dass es wird das ist mein einziger traum das ist der einzige traum was ich mal in meinem leben erfüllen will ja aber ich glaube dass wir nie in erfüllung gehen aber du könntest mal deine eltern fragen ich liebe auch skispringen aber ich bin halt bisschen dick bisschen dick und da kommen aber trotzdem skifahren ist gut und dann kannst du wirklich mal fragen und dann kannst du wirklich mal fragen und alles und post schicken willst du die telefonnummer schickst du bist einfach nur die beste und das war's mit dem video leon hausenberger wir könnten es mal mit der telefonnummer sprechen und mal reden und alles und wenn du mir die telefonnummer schickst und ich rufe dich an und da steht private nummer oder oder eine andere nummer hebt einfach ab das bin ich wenn klappt wenn 0 6 6 oder 0 steht ich weiß es nicht mehr ich habe einfach ab danke du bist der beste beste der beste ever der beste ich liebe dich du bist ich bin auch nur traurig weit aber ich bin wirklich ich bin wirklich mal ich will wirklich mal dass du das in erfüllung geht aber auch eine kleine ansage an den also film weil sie fett hier sind hat gesagt aber du bist der beste beste ever beste schreib in den kommen schreibt unten bei mir in dem video in diesem video war das ist zu laut scheiße scheiße wo ist die fernbedienung das war's lieber leon hausenberger bis zum nächsten mal